Ich führe den Double Leg Take Down durch, indem ich das Knie, das vordere, hinter Ihren Schwerpunkt am Boden aussetze. Der Schwerpunkt ist unter Ihrem Gürtelknoten und ich setze das Knie weiter hinten auf. Ich fixiere die Beine, drücke mit der Schulter, drücke sie um. Nun bleibe ich eng, greife mit der Hand am Fußgelenk, bringe meine Schulter auf Ihren Bauch, meinen Kopf zu Boden und springe auf die andere Seite, um zur Kontrolle abzuschließen. Ich bin der Schwerpunkt am Fußgelenk. Das ist die Schwerpunkt am Fußgelenk. Ich bin der Schwerpunkt am Fußgelenk. Ich bin der Schwerpunkt am Fußgelenk ist.